Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind auf der Isla Sorna und guck mal was ich gesehen habe, ist ja cool. Fahrbare Tyrosphäre wird mit drei Sternen freigeschaltet. Das ist die Kugel, die so rumrollt und die Leute drin sitzen. Hihi, darauf freue ich mich schon mal. So, wir haben hier wieder Expeditionen, sprich die schicken wir mal los. Ja, da wo sie noch nicht waren, die schicken sie mal da hin, weil im Moment sind wir noch nicht so bei den Dinos. angekommen, sondern wir sind noch am gucken, wie wir die Insel gestalten wollen. Ähm, da haben wir nochmal ein neues Tierchen, okay. Zock, 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 verkaufen, verkaufen, wow, 400.000, das ist natürlich sehr edel. Nehmen wir gerne an und jetzt möchte ich gucken, kommen wir hier mit so einer Einschienenbahn irgendwie durch. Das kommen wir mit Sicherheit, die Frage ist, was kostet das, können wir uns das leisten? Mal gucken, öh, oh. Das sollten sie auch. Ja, machen wir natürlich, okay, gibt ja wieder ein bisschen Geld. Ne, das war bei den Gästen, genau, hier, kosten 200.000, was kosten denn die Schienen? Wir können ja sonst mal anfangen zu bauen und gucken nachher, ähm, wie wir das Teil weiter gestalten wollen. Wir drehen dich mal und hoffen, ja, da passte hin. Sollen wir dich mal hier hinstellen? Das wäre, glaube ich, relativ gut. Zack, einmal Bahnhof. Dann brauchen wir die Schienen. Mal gucken, wie wir die am besten machen. Hier runter ins Gehege rein, dann geht das da lang. Ja, das machen wir mal. Okay, kostet immer um die 20.000. Ein bisschen aufpassen müssen wir. Aber das wird relativ teuer, je nachdem. Weil ich möchte jetzt hier noch was Spezielles machen. Ähm, lasst mich mal schnell gucken. Wir machen mal Escape. Das haben wir schon gebaut. Das passt. Bis hierhin hätten wir es. Ach, haben wir ein Stromproblem. Wer, wie, was, wo? Hier hinten. Okay, bist du nicht mehr im Bereich drin, der abgedeckt wird? Das kann natürlich sein. Wir bräuchten, wir bräuchten, hier unten war der Strom. Ein Umspannwerk, so wie es aussieht. Jawohl, für nach hinten. Also für hierher. Äh, ja, machen wir mal. Moment, dass wir hier alles abdecken. Auch noch ein bisschen vom Hotel. Okay. Wohin mit Kollege Strom? Ähm, Strecke unvollständig. Ja, das ist klar. Wir sind ja noch nicht fertig mit Bauen. Wo ist denn hier der Strom? Warum? Habt ihr hier keine Stromleitung? Ja, die haben noch keinen Weg. Das kommt alles, kommt alles. Nur kein Stress. Oh, Saurierbedrohung. Das ist natürlich Käse. Wo haben die denn die Stromleitung? Da drin. Moment. Erstmal Stromleitung bauen. Wollen wir aber irgendwas anderes machen können? Jetzt. Strom haben wir. Oh Gott. Wo ist hier eine Dinosaurierbedrohung? Wo ist einer abgehauen? Hier hinten eigentlich nicht. Der hier? Hä? Moment. Oder was hat der? Gefahr für die Gäste. Oh, der kommt hier. Ne, doch nicht. Doch, der kommt aber fast hier hinten raus. Das ist ja doof. Weil da ist die Grenze. Da kann ich eigentlich nicht anders bauen. Ne, der kommt tatsächlich da raus. Ähm, ich kann nicht mehr zumachen. Okay, dann machen wir das anders. Wir müssen den mal kurz betäuben. Nicht mit Transport, sondern mit dem hier. Nein, ach, ich klicke hier im Zeugsraum. Come on. Nein, falsch. Gibt's ja gar nicht. Wie kann man denn so falsch klicken? Moment, ich hab's gleich. Akkukopter. Okay. Aufgabe hinzufügen. Ähm, wo ist er? Hier hinten. Den bitte betäuben. Und die Gäste bitte in den Schutzraum. Okay. Ich weiss nicht, was der macht. Das ist ein Pflanzenfresser. Der sollte nicht allzu viel machen. Aber jetzt ist es natürlich hier hinten. Das ist natürlich Käse. Wie kann man das denn zumachen? Kann man das gar nicht zumachen in dem Sinn? Geht das gar nicht? Äh, das wäre blöd. Da müssen wir eben doch so eine Art Rundgehege machen. Ich komm hier gar nicht hoch. Das geht gar nicht. Ähm, ich klapp das nochmal. Das müssen wir hier tatsächlich irgendwie gelöst bekommen. Ähm, Zaun. Gehege, Zäune. Danke. Geht nicht. Ausserhalb des baubaren Bereichs. Ja, dann lass die Dino nicht fliehen. Das wäre doch schön. Wenn die hier natürlich aussen rumlaufen können, dann ist das ein bisschen doof. Sonst muss ich hier tatsächlich irgendwie zumachen. Das gibt aber einen riesen, riesen Zaun. Das müssen wir ein bisschen verschieben, weil ich möchte an der Bahn rumbauen. Oh, wie sie da abhauen. Schläft der andere schon? Jawohl, der schläft. Okay, dann können wir hier. Machen wir hier wieder zu. Kaum sind sie drin, können sie wieder raus. So, Transportteam. Transportieren. Umbenennen werden wir die natürlich auch noch, ganz klar. So, und dann hoffe ich, dass der nicht mehr fliegt. Aber das ist natürlich tatsächlich ein Problem hier hinten. Da müssen wir tatsächlich das Gitter wahrscheinlich hier unten rumziehen, dass wir das Gehege... Ähm, 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 ja, zumachen. Haben wir sonst noch was? Wir haben irgendwie immer noch was mit Strom. Ach, okay. Die haben... Ja, die haben keinen Weg. Den bekommen sie. So sind wir ja nicht, wenn wir schon so ein Teil bauen. Und dass das Ding unvollständig ist, ist mir soweit klar. Ähm, weil wir eben noch nicht fertig sind. Ähm, Fossilien. Machen wir auch noch schnell. Das gibt wieder ein bisschen Kohle, je nachdem. Ja, oder auch nicht, weil wir alles extrahieren. Ha, okay. Ähm, unverständige Strecke. Das ist klar. Und hier benötigt Strom. Ach, haben wir generell zu wenig Strom? Sehe ich das richtig? Dann werden wir hier mal upgraden. Ausfallschutz lassen wir mal. Verbesserte Leistung hätte ich gerne. Ich weiss gar nicht, bringt das was, wenn wir das zweimal machen? Ich teste das mal. Und dann hätten wir gerne noch reduziert. Brauchen wir nicht. Geld haben wir. Dann machen wir den Ausfallschutz noch. Okay, jetzt sollte das mit dem Strom behoben sein. Ist es auch. Expeditionen müssen wir noch losschicken. Okay, passt auch. Und hier oben haben wir noch, genau, dass die Schienenbahn, die Einschienenbahn noch nicht fertig ist. Das kommt gleich. Wir müssen hier nochmal Zäune bauen. Ich habe folgende Idee. Ich kann das ja mal ganz kurz erörtern. Ich muss wissen, wo die Grenze ist. Hier oben. Dass wir hier so einen kleinen, wie soll ich sagen, wenn man hier zu, man hier zu und hier drin wird die Einschienenbahn einen Bahnhof haben. Und dann gibt es ja noch Zuschauertribünen. Sonst kommen wir hier irgendwie nicht hier hin. Wobei, wenn wir natürlich die Gehege tatsächlich zumachen müssen, weil das hier oben nicht funktioniert, mit an die Grenze ran bauen, dann können wir uns das schenken. Dann können wir auch einen Weg hier runter machen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich möchte ganz sicher hier unten noch einen Bahnhof haben. Und wenn wir jetzt einen Bahnhof machen, dann müssen wir den auch irgendwie schützen. Das heisst, wir müssten zumindest im Moment hier irgendwie einen Zaun machen. Wir machen den mal. Mal gucken, ob es klappt. Wir haben ja das Geld. Wir können ein bisschen testen. So, hier hoch und hier an die Grenze ran. Na. Irgendwie muss man doch hier zumachen können. Zack. Ich weiß nicht, ob das zu ist. Wir werden es rausfinden. Okay. Den nächsten Zaun, den hätten wir dann hier hinten. Geht nicht. Okay. Ausserhalb, ausserhalb, ausserhalb. Ausserhalb des bebaubaren Bereichs. Generell. Kann ich ja nicht bauen, weil wir hier keine anderen Sachen haben? Oder kann ich hier einfach per se nicht bauen? Ist das vom Spiel so gedacht, dass man hier hinten nicht bauen kann? Das wäre ja ein bisschen komisch. Aber okay. Wo kann ich denn bauen? Achso, ich kann das... Moment. Ich müsste das mal abschliessen. So, jetzt steht das gute Stück. Dann kann ich wahrscheinlich hier hinten... Ja, schau an. Dann kann ich hier tatsächlich auch bauen. Sehr schön. Einmal. Zack. Hier runter. Hier hin. Hier hin. Und dann dahin. Ich hoffe, das reicht. Okay. Zu den Fossilien. Zack. Verkaufen. Extrahieren. Extrahieren. Und nochmal extrahieren. Okay. Funktioniert. Jetzt haben wir hier einen Bereich, wo eigentlich keiner hinkommen sollte. Das heisst, wir gehen zurück zum Thema Einschienenbahn. Gäste. Zack. Und dann... Zack. Und dann nochmal. Zack. Jawohl. Das funktioniert schon sehr einfach. Das ist eine relativ dankbare Aufgabe hier, das Teil zu verlegen. So, einmal mitten durch den Wald durch. Dann nachher hinten. Und jetzt müssen wir hier gucken, wo wir hier nochmal so einen Bahnhof hinstellen können. Da hat es doch sogar geklappt, das Ganze. Okay. Kommt der mal hier hin? So. Uh. Kommen wir da rein? Ich glaube nicht. Das gibt dann doch einen relativ groben Schlenker. Nein. Okay. Bagger. Äh. Moment. Zumahnen. Bagger. Na. Nochmal zumahnen. Achso. Mit B geht es natürlich nicht. Das war ein anderes Spiel. Wo das funktioniert mit B. Ähm. Gäste. Schiene, Schiene, Schiene. Und jetzt irgendwie da reinkommen. Ja. Das müsste eigentlich sogar klappen. Das tut es auch. Dann wollen wir hier hinten natürlich wieder rauskommen. Äh. Nein. Ja. Ne. Das ist aber nicht angeschlossen. Kann ich das irgendwie so machen, dass das angeschlossen ist? Ne. Das geht nicht. Moment. Zack. Zack. Dann kommen wir von hier her. Da rein. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir hier lang kommen. Das sah gerade so aus, als dürfte das je nachdem. Ähm. Ein bisschen eng werden. Moment. So. Kommen wir hier irgendwie da lang? Ausserhalb. Hier muss man da irgendwie rumkommen. Moment. So. Hier runter. Ein bisschen eine Kurve. Nach da. Und dann hier rein. Jetzt möchte sich das nicht verbinden. Okay. Dann brauchen wir nochmal kurz. Jetzt haben wir da oben schon wieder Probleme. Moment. Ich muss das schnell kappen. Man kommt aber auch nicht in Ruhe zum Bauen. Das ist unmöglich. Schiene. 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 Und dann haben wir das verbunden. Sehr schön. Jetzt geht das hier rauf. Zack. Zack. Hier rüber. Und einmal aussen rum. So. Auch hier muss ich natürlich aufpassen, dass wir tatsächlich hier lang kommen. Das klappt aber ganz gut. Wenn man nicht so komische Bögen macht. Ich muss mal nochmal kurz abreissen. So. Das reissen wir auch nochmal ab. Ähm. Moment. Gäste. Zack. Zack. Okay. Jetzt gucken. Wie kriegen wir das hier lang? Ja. So geht's. So. Hier wird es wieder ein bisschen breiter. Das ist in Ordnung. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir da hinten wieder reinkommen. Hier haben wir einmal durch den Park durch. Das ist auch sehr, sehr dankbar, wie das funktioniert. Kurve zu eng. Das Sicherheitssystem in unseren Anlagen benötigt Strom. Ja, ja. Ich will mir gar nicht vorstellen, was ohne Strom passieren würde. Das war gute Arbeit bei dem Auftrag. Ach so. Hat geklappt. Okay. Da sind wir froh. Ich muss das hier nochmal kurz kappen. Wir müssen hier irgendwie ein bisschen höher reinkommen. Damit ich da reinkomme. Ich weiß. Hier oben haben wir ein paar Probleme. Die werden wir gleich angehen. Sobald wir in Ruhe das Teil hier fertig gebaut haben. Also höher. Habe ich gesagt. Höher wäre dann irgendwie so. Und dann mit einer Kurve da rein. Und schon passt's. So. Das müsste jetzt eigentlich fertig sein. Da müsste eine Bahn fahren. Und dann können sie tatsächlich hier vorne aussteigen. Und damit das jetzt auch Sinn macht. Hier das Aussteigen. Ach, die haben keinen Weg. Ach du grüne Neune. Wie sollen wir denn den Weg jetzt hier? Ähm. Da habe ich was nicht bedacht. Die brauchen hier tatsächlich einen Weg. Das kriegen wir so nicht gewuppt. Sonst gilt das nicht als angeschlossen. Und hier komme ich natürlich nicht weiter. Okay. Klappt nicht. Gut. Müssen wir anders machen. Ähm. Der Bahnhof muss weg. Das müssen wir tatsächlich anders lösen. Wenn wir hier unten. Ähm. Irgendwie wollen, dass die Leute zu einer Besuchertribüne kommen. Müssen wir tatsächlich einen Weg machen. Das heisst. Ja. Wir kommen immer der Sache näher. Dass wir tatsächlich diese Dinos so einsperren müssen. Ja. Mit einem Kreis sozusagen. Also das geht da irgendwie außen um die Dinos rum. Das wird sonst nicht funktionieren. Aber trotzdem. Das ist natürlich trotzdem cool. Man kann hier einfach lang fahren. Ja. Weil man Spass dran hat. Das ist doch auch nicht schlecht. Ich möchte den Auftrag annehmen. Was impliziert, dass sie das auch wollen. Ja. Können wir mal angucken. Okay. Gut. Das hätten wir jetzt alles. Die Dinos flüchten im Moment gerade nicht. Ich würde gerne. Ähm. Was wollte ich denn? Jetzt haben wir hier keine Probleme mehr. Das ist ja interessant. Das ist also weg. Gut. Dann können wir eigentlich, ähm, die nochmal losschicken. Und jetzt werden wir mal schnell gucken. Ja. Da haben wir ganz viele neue Sachen. Okay. Einmal bitte hier hin. Und einmal bitte da hin. Sehr schön. Jetzt möchte ich nochmal kurz. Ah. Da fährt unsere Bahn. Schaut mal. Sehr schön. Da hinten kommt die andere an, die die Leute in den Park bringt. Und die hier. Die düst hier fröhlich in der Gegend rum. Sehr nett. Wir müssen das Ganze so machen, dass wir hier unten nochmal einen Bereich haben für die, äh, fürs Publikum. Dass das in irgendeiner Form gesperrt ist für die Dinos. Das werden wir angehen. Demnächst. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz etwas für die Gäste tun. Dass wir hier irgendwie noch ein bisschen was machen können. Zum Beispiel für den Spass mit einer Spielhalle. Das wäre eine Idee. Die Frage ist dann, haben wir noch Platz? Doch. Hier hinten klappt das relativ gut. Einmal drehen. Zack. Da rein. Ein Weg dazu. Und fertig ist die Spielhalle. Wunderbar. Ist dann alles ein bisschen dicht gedrängt. Ist klar. Aber wir können ja gucken, wenn wir hier unten einen Bereich haben, der dann für die Zuschauer ist. Sagen wir mal von hier bis hier oben hin. Machen wir nochmal ein Hotel hin. Machen wir hier einen Bahnhof hin. Und dann haben wir im Prinzip zwei Bereiche, wo die Leute dann sind. Gut. Jetzt, was wir auch nicht haben, ist eine Hemmungsstation. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, dass wir die einrichtig einsperren. Also, dass wir dieses Gehege hier weiterbauen. Ich muss mal schauen, wie viele haben wir hier von denen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das reicht. Neune war, glaube ich, das Mass sozusagen. Zäune. Machen wir einen Betonzaun. Und, ach, kein Strom. Ja, kommt. Und jetzt ziehen wir das Teil mal hier runter. Zack, zack. Wir machen das ordentlich gross, damit die auch ein bisschen Platz haben. Okay. Und hier rauf. Schon sehr cool, wie man bauen kann. Das ist wirklich vorbildlich gemacht hier bei dem Spiel. Zack und da rein. Und passt. Jetzt haben wir hier ein bisschen einen anderen Zaun. Das ist aber egal, denke ich. Das hier noch kappen. Okay. Zu den Expeditionen kommen wir gleich wieder. Denn wir brauchen hier zuerst mal noch ein Tor. Zack. Sehr schön. Gut. Passt. Haben die jetzt hier drin auch die Möglichkeit, was zu futtern? Äh, Körte. Ja, da. Haben sie eine Bodenfutterstation. Okay. Sollen wir noch eine machen? Ich würde sagen, würde nicht schaden. Was kostet das gleich nochmal? Oder wir machen so ein hohes Teil? Ne, wir machen nochmal so eins. Zack. Gut. Okay. M. Wo haben wir was? Kein Umspannwerk. Aha. Okay. Kriegste. Ist kein Ding. Umspannwerk haben wir hier. Können wir eigentlich auch ein grösseres? Wir können. Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Ich hätte das nicht besser machen können. Danke. Wir könnten hier so ein Teil hinstellen für 50.000. Oder hier oben. Dann hätten wir den Bereich eigentlich versorgt. Wir machen das mal. Zack. Und da rein. Okay. Und schon hat sich das Problem hoffentlich erledigt. Jetzt können wir nochmal kurz hier hingehen. Okay. Das bessert hier auch langsam. Wir müssen aber trotzdem nochmal einen Auftrag von dem hier haben. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Waren wir. Das Problem ist, wir haben noch gar keinen Hemmenteil. Könnten wir jetzt aber machen. Weil wir haben hier ein Gehege. Sollte es kein Problem sein, so einen Auftrag zu erfüllen. Ja, ja. Brüten Sie einfach ein paar kleine Dinge aus, okay? Okay. In dieser Größe sind Sie sowieso alle süß. Ja, ja, genau. Wir brüten mal. Also das machen wir aber nicht persönlich. Ähm, das sollte die Brütstation übernehmen. Und dafür brauchen wir so ein Teil. Wir gucken mal, wo wir dich hinkriegen. Geht hier gar nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Haben wir hier keinen Platz? Weil das Teil müssen wir auch mit einem Weg anschliessen. Und jetzt haben wir hier das Gehege so gebaut, dass man hier mit einem Weg gar nicht mehr durchkommt. Das müssen wir wahrscheinlich nochmal korrigieren. Hier unten geht es auch nicht. Kriegen wir dich tatsächlich hier nirgends hin? Ausserhalb des bebaubaren Bereichs. Wenn du eher ein bisschen hier drin bist. Moment, ne. Muss ja so rum sein, das Ganze. Wir können ja das Käfig natürlich auch dem Teil hier anpassen. So wird aber das, äh, also das Käfig, sage ich schon. Das Gehege. So wird das Gehege aber fürchterlich klein. Wie machen wir das denn? Oder wir machen es so? Ne, wir brauchen ja eben den Weg noch. Wie doof das ist. Moment. Und Pause kann ich nicht machen. Sonst hätte ich jetzt hier den Zaun nochmal kurz gekappt. Äh. Wenn wir dich hier rein machen, dann brauchen wir da einen Weg raus. Das heisst, wir müssen entsprechend das Gehege anders bauen. Hm. Ja, hier oben geht es auch nicht. Und hier unten eben können wir nichts machen, weil da kommen wir mit dem Weg nicht hin. Wir müssen das Gehege nochmal kurz umbauen, bevor wir irgendwas anderes machen. Also, dass wir hier einen Bereich freilassen. zu nahem Diener. Okay, aber das funktioniert. So, wir können das Teil ja ein bisschen länger machen. Dass wir, ähm, euch noch bis nach da unten ziehen. Jetzt können wir das hier eigentlich kappen. Oder wir lassen das Teil. Ne, wir lassen es nicht. Wir kappen das. Dann können wir hier den Weg runterziehen. Jetzt könnte man aber auch gucken, ob wir hier dieses Hemmenteil hinkriegen. Aha. Ja. Das hört man natürlich gerne. Äh, Gehege. Zack. Nochmal drehen den Kollegen. Ne, passt hier immer noch nicht hin. Ähm, aber hier unten hat das Teil auch eigentlich hingepasst. Passt das jetzt wieder nicht mehr hin, weil wir da den Zaun verbaut haben? Passt tatsächlich nicht mehr hin. Baukosten verbaut, okay. Kriege ich nicht gar nirgends hin. Wir bräuchten so ein Teil. Wo macht man denn so ein Teil hin? He. Das ist jetzt irgendwie eher ein bisschen. Nochmal drehen. Hier unten vielleicht. Ne, geht auch nicht. Nochmal ein bisschen. Drehen. Was heisst denn Baukosten verbaut? Ich muss nochmal den kappen. So, wir brauchen einfach den Platz. Das Teil kappen wir auch mal und hoffen, dass hier niemand flüchtet. Wir werden es gleich wissen. Ähm, ähm, ähm. Gehege. Zack. Ach, da ist halt... Ja, da ist das Dingens fertig. Da ist die Map fertig. Und hier? Ah, Moment. Da war eine Stelle. Zack. Okay. Und jetzt werden wir das Ganze so bauen. Mit einem Weg. Hier runter. Ich hoffe mal, das klappt. Zack. 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 Und zack. Okay, das funktioniert schon mal. Und jetzt müssen wir das Gehege wieder entsprechend anpassen. Ähm. So, hier ran. Na, geht wieder nicht richtig. Beziehungsweise, ich komme nicht so nah ran. Das muss man doch aber irgendwie zumachen können hier. So. Ist das zu? Also, er passt definitiv kein Diener durch, würde ich mal behaupten. Definitiv nicht. Gut. Und jetzt müssen wir hier in die andere Richtung düsen. Außenrum. Machen wir mal so. Okay, da rein. Dann haben wir hier Kollege Bagger. Wildes Gebaue. Oder wir lassen das mal. Wobei, wofür soll man das lassen? Gehen wir uns mal weg. Also. Wobei, hier außen. Weg nicht verbunden. Ja, kommt gleich. Ne, wisst ihr was? Das kommt nochmal weg. Das, was wir jetzt gerade gebaut haben. Da kommt die Einschienenbahn. Wir machen hier sozusagen zu nach da oben. Also, Zaun. Okay. Einmal hier rauf. Ein bisschen müssen wir Platz lassen für einen Weg. Okay. Das würde so mal klappen. Ja. Das wäre, glaube ich, geschlossen. Das gefällt mir ja nicht. Das ist doch irgendwie nicht zu hier. Das Ding. Oh. Moment. Das sind die Dinos. Jetzt kann ich, wenn ich Pech habe, hier wieder nicht mehr bauen. Da war eine Stelle, da hat es geklappt. Funktioniert nicht. Wie kriege ich das denn geschlossen hier? Gibt es ja gar nicht. Zack. Und da kommt man nicht ran. Aber durch können sie dann, die Dinos. Das ist ja schon irgendwie doof. Okay. Dann machen wir das anders. Zu nah am Dino. Du musst da weg. Ich muss da bauen können. Come on, Kollege. Sonst vergesse ich es nachher. Wir gehen hier. Sonst. Moment. Zack. Und da rein. Jawohl. Das geht. Gut. Jetzt ist auch zu. Ich möchte den ja nicht länger beim Fressen stören, als es sein muss. So. Weg nicht verbunden. Das ist klar. Das werden wir relativ schnell haben. So. Und schon ist der Weg verbunden. Jetzt ist höchstens. Genau. Dass wir natürlich keinen Strom haben hier unten. Ähm. Strom. Ähm. 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 Grosses Umspannwerk. Ja, das wäre ordentlich, denke ich mal. Das können wir. Sollen wir das hier reinstellen? Machen die Dinos dem Teil was? Ich hoffe mal nicht. Wir werden 10. Zack. Dann haben wir dieses Experiment auch mal gemacht. Da rein. Und dann haben wir nämlich Strom. Beziehungsweise, Moment, man müsste es tatsächlich noch verbauen. Jetzt. Gut. Das haben wir. Ähm. Es ist einfach ein bisschen klein, das Gehege. Das gebe ich zu. Was meint ihr denn dazu? Grasland ist okay. Wald ist nicht mehr okay. Jawohl. Bäume. Bäume können wir relativ schnell und einfach liefern. So, hier unten ist noch ein bisschen was an Bäumen. Und hier oben noch ein bisschen was. Moment, das möchte hier nicht wirklich Bäume setzen. Okay. Wie sieht es jetzt aus mit dem Wald? Jawohl, jetzt passt das. Bestand. Das ist alles im blauen Bereich. Ja, passt. Gut. Haben wir. Oh, Sturm nähert sich. Zack. Kurz Raum öffnen. Okay. Gut. Dann hätten wir jetzt im Prinzip tatsächlich den ersten Abschnitt hätten wir soweit gemacht. Jetzt können wir hier natürlich weitere Dinos züchten. Und zumindest in dieses Käfig reinlassen. Hier unten gibt es dann nochmal so ein Teil für die. Die sind eigentlich relativ friedlich. Alle an der gleichen Stelle, mehr oder weniger. Und hier oben haben wir ja glaube ich auch nochmal ein paar Karte. Ähm. Ne, mit denen sind wir umgezogen. Genau, hier gibt es dann irgendwie die Fleischfresser. Das Teil hier brauchen wir hier oben aber nicht mehr. Das könnten wir kappen. Das gibt nämlich nochmal ein bisschen Geld. Ja, 25.000. So. Gut. Sturm. Da ist er. Aber schon cool gemacht. Es sieht halt einfach wirklich auch bei Sturm relativ klasse aus. Und die Bahn, die gefällt mir auch. Ich finde das cool, dass hier eine Bahn durchgeht. Und eben, dass wir da unten dann so eine Art zweite Zentrale errichten. In diesem Bereich hier irgendwo hier unten. Finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Wir müssen einfach daran denken, dass wir dafür den Weg eben entsprechend bauen. Beziehungsweise Platz lassen für einen Weg hier runter. Oh, Struktur beschädigt. Okay, da müsste man mal kurz vorbei. Oh, das Hotel steht in Flammen. Halleluja. Ranger. So, bitte reparieren. Sonst noch was im Eimer. Wir hätten gerade die Handwerker, die Klempner sozusagen hier an der Angel. Ne, sonst ist eigentlich alles okay. Aber eben, es giesst halt in Strömen. Haben wir denn Leute? Ja, die rennen. Sie rennen in den Schutzraum. Okay. Hm. Ein Foto eines Dinosauriers, der läuft. Ich gehe mal davon aus, das kriegen wir noch gebacken. Das müsste wohl funktionieren. Einen Eingang haben wir. Ja, ist doch eigentlich okay. Wir könnten mal noch neue Dinos ausbeuten. Dafür muss ich aber noch mal ganz kurz hier gucken. Von wegen, wie sieht das mit dem Sozialen aus? Beziehungsweise hier oben. Das Soziale ist ja eben die eigene Rasse sozusagen. Und der ideale Bestand 5 bis 15. Das heisst, hier können wir noch ein paar reinbuttern. Dann würde ich das mal machen. Dinosaurier ausbrüten. Was haben wir hier an Neuen? Wen haben wir noch nicht? Ähm. Die haben wir eigentlich alle. Den grossen hier. Oder den. 61 und 86 Prozent haben wir hier. Ich würde gerne den haben. Und zwar gleich zweimal. Ui, der kostet aber gleich. Naja, wir haben 8 Millionen. Das ist ja dann egal. Gleich nochmal so einen. So, dann werden wir mal gucken, ob die sich vertragen mit den anderen. Was wir jetzt hier drin auf alle Fälle definitiv noch brauchen. Das ist so ein Teil. Damit diese Dinos eben auch an Nahrung rankommen. Wenn sie halt schon so einen langen Hals haben. So, die Sonne scheint wieder. Wir können die hier wieder rauslassen. Okay. Und was ist hier mit dem Hotel? Das steht irgendwie immer noch in Flammen. Wo sind denn die Ranger? Eigentlich habe ich den doch gesagt. Reparieren. Dann mach mal. Ach, er fährt los. Okay. Einfach reparieren. Kann doch nicht so schwer sein. Wir könnten hier natürlich auch noch ein neues Team dazu tun. Ich denke mal zwei reichen für den Moment. Ah, jetzt wird repariert. Halt. Sehr gut. Passt. Einmal die Gerüste außenrum und gut ist. Gut, liebe Freunde. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Ich denke mal, ja. Wir kommen auf der Insel voran. Mir gefällt sie. Mir gefällt sie nicht nur, weil wir wieder Licht haben. Sondern mir gefällt sie auch, weil sie irgendwie cool gemacht ist. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020